Gefällt mir gut. Wir sind am Skeff-Bunger. Achtung vor den Skeffs, Günther. Oh, das ist gut. Dann können wir eigentlich runter ins versunkene Dorf. Genau. Auch das Ding markieren. Wir müssen ja eh auskürz raus. Ja. Ich sehe nichts. Dürfte noch nicht da sein. Ich gucke mal im Keller. Pass auf, dass keiner von drüben dann kommt. Warte mal, im Bunker-Eingang. Brauchst du Mayonnaise, oder? Nö. Bunker-Eingang. 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 Oh, Alter, was war denn das? Hier war ein Skeft gerade. Achst du? Ich ziehe da als Sparschule in den Ausgang, er lebt noch. Sei vorsichtig nicht, dass es hier eine presst. Ich habe einen Gürtel, aber ich weiß nicht wo. Minus. Okay. Kurz zum Prozess. Ich habe als Sparschule in den Ausgang gezielt, auf einmal lief es da rein. Ich war selber erschrocken. Ich habe keine Saps gehört, ich habe nichts gehört. Nee, gar nichts. Okay. Vielen Dank. So, ich habe gepflanzt. Dann gehen wir uns jetzt gleich rüber zum Sniperfelsen. Da zur Segemühle. Diese Reiter auf dem Bedarf sein. Ja. Bis 2 sind die weg. Ne, da gehen wir ja nicht lang. Ja. Gehen jetzt hier rüber Richtung Kirche auf die Seite. Nur mal schnell ins dänische Bettenlauer gucken. Dänische Bettenlauer. Jisk. Oh, hier liegt schon was Totes. Oh. Wie kommt denn das? Hm. Oh, das sah blau aus. Ja. Aber ich habe gar keine Schüsse. Na gut, vorhin vielleicht. Doch, als ich gesagt habe, da versunkenes Torf. Hm. Hm, das könnte sein. Und Schiff. Aha. Da wollen wir mal hoffen, dass der Richtung Torf weitermarschiert ist. Ja. Oh, Flugzeug. Alter, es fliegt über uns. Ich höre es gar nicht. Ich höre auch nicht. Und die Flares sehe ich auch nicht. Aber Flugzeug sehe ich ja. Ja. Nach dem übelsten Bogen, Alter. Wo ist denn der Sniper eigentlich? Ja, der ist weg bestimmt schon. Mag sein. Und da guckt er mal zur anderen Seite, oder? Hm. Sind ja hinten. Wir würden jetzt hier crossen. Hm. Schoko Crossi. Jo. Oh, die SVDS war doch... Ja, man weiß es nicht, ob es... Wir werden es merken. Ja. Ich würde rechts bleiben, ne? Können wir... Hm, ja. Da sprang auf einmal. Ich habe gar nichts gedrückt. Das hat sich an, als hätte ich hingeschmissen. Ich dachte, da bricht sich die Knochen. Scheiße, in welcher Hüte... Die... Äh... Warte, da steht einer auf den Felsen. Mist, ich muss näher ran. Mist, da war gerade so schön zu sehen. Oh, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt. Der ist weg vom Fenster. Er liegt komplett. Keil. Aufpassen nicht, dass er ja auch nicht alleine war. Hm. 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 Oh, ein schöner Mosin. Und das ist ein Dreier. Level 17. Guck mal. Der hat ja noch eine Bodyarmor, eine 6B13, falls du möchtest, im Rucksack. Na, steh auf. Oh, ja, die ist zumindest besser als meine. Na, dann nehmen sie die auch. So eine, die ich habe. Hm. 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 Oh, oh, oh. Alter, habe ich mich erschrocken. Oh. Wo war es denn? Hier lagen durch das Käff. Ich dachte, hier liegt einer auf der Erde, Alter. Oh. Oh. Junge. Alles. Ah, alles. Junge, Junge, Junge. Meine Jason Maske. Geil. Die könntest du anziehen. Ja. Kannst du machen. Erschrecke dich nicht. Boah, ja, der Käff liegt wirklich komisch da. Ja. Puh. Oh, hier liegt eine Salami. Geil. Jetzt wollen wir sie nicht mehr brauchen. Gesucht wie bekloppt, aber dieses Scheißding. Alter. 30 Level hat es, glaube ich, fast gedauert. Oder 29. Hm. Das stimmt. Hier waren noch keiner drinne. Komisch. Komisch. Ich habe wieder die Hütte, die gelootet wurde. Aber egal, ich habe platziert. Was gelootet? Ja. Weiß ich nicht, weil hier liegt ein Käff tot. Ich denke mal. Ja, warum waren die dann nicht hier? Keine Ahnung, weil sie wahrscheinlich auch platziert haben. Da kam der Käff. Dann haben sie hier gleich gelootet. Der hat auch noch so eine Zuck. So ein Rig. Ich habe hier keinen Platz mehr. Kannst du anziehen? Was hast du an? Die 6p13. Ja, das ist ja deine Bodyarmor und als Rig. Du hast eine Asimuth. Ach so. Gut, gehen wir weiter, rüber geschlossen. Ja, genau. Da muss ich dort noch den Platz markieren und dann war es das. Genau, ja. Schon fast zu ruhig. Ja, ja. Es gruselt mich. Hier hast du deinen Hammer verloren, irgendwo. Ja, ein bisschen weiter links. Oh, Mann. Schmeißen weg. Wir verstecken, verstecken. Verstecken, genau. Hast du das geschrieben? Ja, ja. Mit dem Kinder findet. Geil. Verstecken. Das ist geil. Ja, boah. Ja, boah. Da warst du, wenn ich lieber. Mhm. Scheiße. Ja, ja. gehen die granaten eigentlich ab die gehen die hochgranaten weiß ich nicht vorher so meine pampa nicht zu mir nicht dass ihr brandschaden geholt ich sehe gar nicht die rausstich die macht gar nichts scheiße gut dass sie mal mit benji aus was ich bin im gebüsch aus welcher richtung ich liege gerade man scheiße ich sehe es nicht durch die scheiß blätter du sitzt ja neben mir jaja ich habe ein blätter ich habe mich verarschen ich sehe eigentlich nicht können wir so nicht stehen lassen ja solche fachs möchte ich machen wenn du nicht siehst er stand aber hat sich anders wäre neben uns ja ich gehe mal zur jägerhütte leck mich am arsch keine ahnung wo der sein soll ich habe doch selbst gehört aber ja ja ich auch klang sehr nah aber vor allem hast du glück dass du mir nicht vor die knarre laufen müssen ja ich habe mich erschrocken irgendwie weil du weil mich was weg gedrückt hat von der seite da hat es so gezuckt ich dachte ich ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht den hast du mal gut getroffen ja er macht das nicht mehr der hat sich umschlagen wie ein baum aber ja wollen wir nochmal zum toten mann runter gucken wo ist ja noch ein tafelbeck ich bin ja noch nicht richtig voll